Musik Ja, guten Abend, Rechtsanwalt Park Kalle aus Köln. Heute geht es zum Thema Quarantäne. Ich habe hier auf dem Kanal Anfragen bekommen, wie es aussieht mit den Quarantäneregeln von mehreren Leuten. Und zwar ging es insbesondere darum, dass Leute unter Quarantäne gestellt werden. Das heißt, sie können ihr Haus nicht mehr verlassen. Es gibt die häusliche Quarantäne. Wenn man sich daran nicht hält, wird man dann einkassiert ins Krankenhaus und so weiter. Jetzt ist insbesondere ein Fall von jemandem, der bereits zwei negative Tests gehabt hat, aber immer noch weiter Quarantäne machen soll. Und der hat mich hier gefragt per E-Mail, wie sieht das aus? Warum ist das so? Ich habe dann bei der Corona-Hotline NRW angerufen und nachgefragt. Die konnten mir keine Antwort geben, sondern haben mich darauf verwiesen, ich könnte direkt beim Gesundheitsamt nachfragen. Das wäre aber nur per E-Mail möglich. Deswegen habe ich dem Gesundheitsamt per E-Mail angeschrieben, das Gesundheitsamt angeschrieben und gefragt, wie lange dauert die Quarantäne? Wer ordnet sie an? Bekomme ich dann einen Bescheid von der Stadt? Kann ich gegen diesen Widerspruch einlegen? Zweitens, gibt es die Möglichkeit, die Quarantäne abzukürzen, zum Beispiel durch einen negativen Test? Drittens, das Gesundheitsamt ermittelt, ob jemand krank oder krankheitsverdächtig ist. Was bedeutet der Begriff krankheitsverdächtig genau? Und bin ich verpflichtet, einen Covid-19-Test zu machen? Dann, wenn ich krankheitsverdächtig bin. Wie sicher ist der Test und welchen Test benutzen Sie? Die Antwort, die ich darauf bekommen habe, war folgende. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Stadt Köln, insbesondere das Gesundheitsamt der Stadt Köln, kann Ihnen grundsätzlich keine individuelle Rechtsberatung anbieten. Ich bitte um Verständnis. Herzliche Grüße im Auftrag, Anne Kreische, Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin und so weiter. So, das bedeutet, ich rufe bei der Hotline an, keine Auskunft. Ich schreibe das Gesundheitsamt an, keine Auskunft. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wo wir beim Thema Quarantäne sind, ich werde mich jetzt auch erstmal hier in eine virale Quarantäne begeben. Das bedeutet, dass ich jetzt zunächst erstmal keine Videos mehr machen kann, will, weil entsprechende Kritik geäußert worden ist. Es haben also zwei Leute geschrieben, die sich über meine Videos beschwert haben bei der Anwaltskammer. Und die Anwaltskammer hat mich jetzt hier zu einer Stellungnahme aufgefordert. Das ist auch ein absolut korrekter, normaler Vorgang. Selbstverständlich, es wird hier angemerkt, dass ich gegebenenfalls standesrechtliche Vorschriften verletzt habe, indem ich in den Videos Sachen behauptet hätte, die unwahre Tatsachenbehauptungen wären. Das sehe ich juristisch anders. Das sehe ich völlig anders. Das Problem bei dieser ganzen Corona-Lage ist, dass wir eine Verquickung haben. Zwischen der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt, diejenigen, die die Corona-Regel eingeführt haben oder weitere Gesetzesentwürfe gemacht haben, ob man die dann für rechtens hält oder nicht, habe ich mich zu geäußert. Könnt ihr meine Videos sehen. Der entsprechenden Judikative, dazu gehöre ich, aber auch der Exekutive, das heißt der ausführenden Gewalt. Und hier ist ja, das habe ich in den Videos auch schon öfter gesagt, die Gewaltenteilung teilweise hier aufgehoben worden. So, das sehe ich als Jurist ziemlich kritisch für mich, insbesondere in Grundgesetzen verpflichtet. Und ich muss das jetzt erstmal klären, weil ich möchte jetzt keine weitere Berichterstattung machen, wenn sowas hier im Raum steht. Das heißt, kein Skandal oder so etwas, aber natürlich bin ich jetzt verpflichtet, entsprechend zu reagieren und muss mich darum kümmern. Es war sowieso für mich sehr anstrengend, hier neben dem normalen Ablauf auch noch diese Videos zu machen. Der Hintergrund war ja der, dass ich gesagt habe, es wird in den Medien zum Thema Recht hier nicht richtig berichtet, nicht ausführlich berichtet und eben teilweise auch falsch berichtet. Das ist jedenfalls meine Meinung und ich finde auch als Rechtsanwalt kann ich natürlich eine entsprechende Meinung haben. Aber, selbstverständlich muss man das hinterfragen, wenn ich hier etwas Falsches berichtet haben sollte, ja, dann ist es so. Ich habe das jedenfalls nicht bewusst absichtlich falsch berichtet, sondern es ist einfach meine Meinung und so wie ich Gesetze lese und so wie ich die auslege. Und ich denke, da kann ich auch falsch liegen. Also, das spielt im Grunde genommen insofern gar keine Rolle, weil es müsste mir jetzt irgendwie eher mal nahegelegt werden oder bewiesen werden, dass ich das, dass das nicht so ist. Ja, und da kommt wieder hier ins Spiel diese Aufweichung der Gewaltenteilung. Und da, das möchte ich aber jetzt hier nicht weiter ausführen, das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder auch nicht, sonst werde ich die Berichterstattung hier einstellen. Aber wir sehen, was dabei rauskommt. Bis dann. Ciao. Gute Nacht. Morgen habe ich wieder Gerichtstermin, weil die Gerichte arbeiten wieder. Da muss ich erstmal mit Maske, aber im Gericht sein, glaube ich nicht. Also, insofern muss ich jetzt mal dann auch langsam ins Bett und schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis bald. Ciao. Wie fandst du es denn die letzten Tage so allein? Was? Warst du etwa draußen? Was? Ganz schön gesunde Gesichtsfarbe. Du warst doch draußen. Was? Draußen, du Wichser. Warst du draußen? Ja. Dann weißt du auch, wie schlimm es ist. Sag mir, wie schlimm Corona wirklich ist. Wie Grippe. Sag noch einmal Grippe. Sag noch einmal Grippe. Ich warn dich. Ich warn dich doppelt, du kleiner Schmerz. Schwanzlutscher. Wag es auch nur noch ein einziges Mal Grippe zu sagen. Es ist schlimm. Wie schlimm? Äh, wie die Pest. Und trotzdem warst du draußen? Ja. Und wahrscheinlich ohne Mundschutz. Nein. Warum gehst du einfach raus, du Nazi? War ich nicht. Doch, das warst du. Ja, das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz draußen gewesen. Und das ist extrem unsolidarisch. Du könntest Menschen verletzen. Und das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz. Und das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz. Und das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz. Und das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz. Und das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz. Vielen Dank.